Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS5. Ihr wisst schon, ca. 5 Minuten, in denen ich das nerdige, gigige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an! Früher als gewöhnlich stellt Google in diesem Jahr seine neuen Pixel-Smartphones vor. Bereits am 13. August ist es soweit. Einladungen dazu gingen bereits an US-Journalisten raus. 10 Uhr Westküstenzeit, das bedeutet dann bei uns wahrscheinlich wieder 19 Uhr abends, ist es soweit. Sie haben auch einen kleinen Clip da gezeigt und man sieht ein Smartphone. Sehr wahrscheinlich das neue Google Pixel 9-9 Pro. Es gibt auch Gerüchte über AI-Funktionen, vielleicht neue Uhren, vielleicht auch Pixel-Bad-Kopfhörer. Gucken wir mal, was alles vorgestellt wird. Auf jeden Fall, dieses Jahr ist ja einiges früher, sonst sind wir, was sind wir da sonst? Im Oktober, manchmal auch erst im November meine ich, jetzt im August schon dick vor den iPhones. Mal gucken, was Google dieses Jahr so vorhat. Dem ein oder anderen mag es am Desktop vielleicht schon aufgefallen sein, Google hat sein endloses Scrollen für die Google eigene Seite abgeschafft. Es gibt wieder die alten Seiten, erste Seite, zweite Seite und da kann man sich ja durchklicken bis zum geht nicht mehr. Auf den mobilen Geräten gibt es dieses endlose Scrollen immer noch. Damit soll aber auch hier nächsten Monat bereits Schluss sein. Interessanter Schachzug, was Google sich davon erhofft, vielleicht wieder mehr Werbeeinblendung, wobei das konnten sie beim endlosen Scrollen ja auch einbinden. Interessant, wobei ich es am Desktop ja vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann mit den verschiedenen Seiten, aber am Smartphone war es doch eigentlich immer Dauerscrollen ganz angenehm. Oder sie denken sich, so im Dauerscrollen, dann verlieren die heute den Überblick, wenn sie was auf Seite 2 oder 3 gesehen haben, wenn man denn so verzweifelt ist und so weiter hinten sucht. Wobei ganz ehrlich, Googles Suche, das war früher irgendwie auch besser. Was früher nicht besser war, früher konnte man keine Apple Vision Pro in Deutschland bestellen. Das kann man seit dieser Woche tun. Ab nächster Woche Freitag, dem 12. werden die Dinger dann auch ausgeliefert. Schauen wir mal, ob die ähnlich schnell von der Begeisterung abflachen werden wie in den USA oder ob das hier in Europa besser abgehen wird. Was nicht mehr abgehen wird, ICQ wurde diese Woche eingestellt, also kein Oh-Oh mehr. Und die ersten Disney-Bestandskunden haben jetzt eine Mail bekommen, dass auch bei ihnen die Preise erhöht werden. Letztes Jahr gab es ja die Preisöhrung für Neukunden. Jetzt ist es zum Beispiel bei den Premium-Nutzern so, nicht mehr 9 Euro im Monat, sondern zukünftig dann 12 Euro im Monat. Ich weiß, wir führen diese Diskussionen fast wöchentlich, weil irgendein Streaming-Dienst die Preise erhöht. Und dann stehen wir immer da, braucht man den wirklich, guckt man es wirklich? Kündigt man die Dinger überhaupt, wechselt man oder macht man sich immer neue Accounts, mit denen man die Gratis-Monate abstaubt? Oder macht man einen Monat Netflix, kündigen einen Monat Disney, kündigen einen Monat Paramount+. Ich glaube, die erhöhen jetzt bald auch wieder die Preise und so weiter und so weiter. Wo es aber ab 2030 nicht mehr weitergehen soll, sondern runtergehen soll, mit der ISS, unserer internationalen Space Station. Die war diese Woche wieder in der Presse. Nein, nicht, weil sie wieder irgendwelchen Trümmern ausweichen musste oder weil irgendwer raufgeflogen ist, sondern SpaceX hat jetzt, glaube ich, von der NASA den Auftrag bekommen, ein, was soll man sagen, kontrolliertes Absturzmodul zu bauen. Das wird dann raufgeschickt zur ISS und damit soll der Absturz zur Erde in kontrollierten Bahnen gelenkt werden können. Denn das Ding ist einfach viel zu groß, als dass es ihnen komplett verglühen wird. Das wird irgendwo runterkrachen. Und damit sie sowas nicht wie, wie hatten wir es damals bei der MIR, irgendwie so ein Glücksspiel teilweise, damit das kontrolliert werden kann, schickt man was hoch, ein paar Steuerdüsen dran und dann können sie gucken, links, rechts, links, rechts, Ozean und kein bemanntes Gebiet. Und, ja, die Chinesen haben übrigens ihre letzte Mondmission, die Chang'e 6 oder wie das Ding nochmal hieß, erfolgreich zur Erde zurückgebracht. Die haben ihre Proben vom Mondgestein, von der erdabgewandten Seite des Mondes zurückgebracht. Auch mal eine krasse Leistung. Ich glaube, die nächste Mission, Chang'e 7 oder so, boah, was war das nochmal, Südpol und Wasser finden oder so. Ist eigentlich noch einiges da. Und vor allem ist ja, die Chinesen werden ja dann, wenn die ISS wirklich dann, gut, warten wir mal ab, das war ja früher sowieso immer was, gibt ein Datum und dann wird verlängert, 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 dann findet man nochmal ein Flicken und irgendeiner hat hier und da doch nochmal ein paar Milliarden zum Weiterbetrieb gefunden. Aber dann wären es ja die Chinesen, die mit ihrer Raumstation dann die einzigen wären mit einer Raumstation. Wobei, das ist ja auch noch 6, 7, 8 Jahre, bis es dann soweit ist. Wahrscheinlich hat der Maske dann selber eine gebaut. Und ich weiß, der eine oder andere hatte diese Woche aufgrund dieser ISS-Meldung, Erst konnte der Must-X Twitter zum Absturz bringen, jetzt zukünftig die ISS. Während man bei Threads, unserem Twitter-alternativen Angebot von Meta, von Facebook, diese Woche hingegangen ist und endlich die Fettiverse zum Anbindung gemacht hat. Jetzt, wenn ich was twittere, wenn ich jetzt was, boah, threatte, sehe ich zumindest schon mal Reaktionen aus dem Fettiverse. Also, zukünftig, munkelt man jetzt, weil das so verschachtelt geantwortet wurde, soll man auch darauf reagieren können. Gucken wir mal. Aber schön, dass sich auch dieses Netzwerk ein bisschen weiterentwickelt. Wobei ich nach wie vor der Meinung bin, X Twitter hat nochmal die größere Reichweite und bei aktuellen Ereignissen kriegt man da schneller und mehr Informationen. Und apropos mehr Informationen, der eine oder andere hat diese Woche nicht schlecht gestaunt. Microsofts Chef für die AI-Forschung hat ein Interview bei einer Podiumsdiskussion gegeben, wurde gefragt, so nach dem Motto, hey, wie seht ihr denn ihr das sozusagen illegal, Informationen aus diesem Internet zu nehmen und die für eure AI-Forschung zu entwickeln, eure AIs dran zu trainieren und, und, und. Und dann sagt er dir sowas, naja, im Endeffekt so, naja, es ist ja eigentlich Usus im Internet, alles, was da reingestellt wird und wo man irgendwie frei drankommt, darf man für Fair Use nutzen und dafür dann auch. Und selbst wenn Webseitenbetreiber da reinschreiben, na, hier, das soll nicht für die AI-Scrawler, Scraper benutzt werden, müssten sich Gerüchte mal drum kümmern, ob das jetzt so ist. Ist natürlich eine interessante Auffassung. Da haben die Ersten schon draus gemacht, oh, Microsoft-Software kann man sich auch einfach im Internet runterladen, ist einfach frei verfügbar, dann kann ich die ja auch einfach so benutzen für mein eigenes Zeug. Gut, muss man ja sagen, ist ein Typ, aus seiner Sicht ist das natürlich, diese ganzen AI-Nasen versuchen ja nichts anderes, um ihre Algos zu trainieren. Die brauchen Material, Material, Material. Inzwischen gehen sie ja schon dazu über, den einen AI-Algo Zeug generieren zu lassen, dass der Zweite dann auswerten kann und damit dann weiterlernt. Oder die eine AI kontrolliert die andere AI. Das ist doch alles schon, das wird noch eine ganz interessante Weise. Ich weiß, das Ganze steckt erst in den Kinderschuhen. Aber irgendwie, es muss schon noch deutlich besser werden. Die einen sagen, es wird deutlich besser. Andere sind da eher noch ein bisschen skeptisch. Vor allem, wenn ja jetzt schon das ganze Wissen aufgesogen und ausgewertet wurde. Und das ist der Wissensstand, der daraus gemacht wurde. Und es haut immer noch nicht hin. Ja, wo soll denn dann das mehr herkommen? Wo auf jeden Fall mehr hinkommt, ist auf einige Amazon Fire TV Sticks. Und zwar Microsoft hat bekannt gegeben, Xbox Cloud Gaming wird jetzt auf den letzten 4K-Stick und den Max-Stick kommen als App. Dann kann ich auch da über den Fire TV Stick mit einem Eingabegerät oder einem Controller, dem ich jetzt gerade hier nicht liegen habe, an meinem Stick auf meinem Fernseher oder wenn ich ihn an einem Monitor angesteckt habe, ganz normal dann meine Xbox Cloud Games zocken. Das ist der Anfang. Es stehen natürlich noch Fragen wie, wo bleibt ein Apple TV? Oder von mir aus, wo bleibt hier der Fire TV Cube? Der müsste doch auch noch genug Saft haben. Die müssten doch alle genug Saft haben. Vielleicht so ältere Fire TV Sticks. Aber ich meine, das war doch genau der Fall, wo es dann immer hieß, du brauchst im Endeffekt nur ein Display, eine Internetverbindung. Die macht dann der Fire TV Stick mit dieser App-Anbindung und dein Eingabegerät. Und schon kannst du dieses Cloud-Rechnungsspiel-Zeugs machen. Ist wahrscheinlich erstmal nur der Anfang und später gibt es dann mehr. Wo es auch mehr gibt, fast schon zu viel, war bei der Unterhaltung der Woche. Und zwar The Beekeeper, ein Film, den ich letztens noch im Flieger gesehen habe, den man schlecht ins Deutsche übersetzen kann. Der Imker, der Bienenaufpasser, der Bienenhalter. Naja, in der Hauptrolle. Jason Statham, das klingt nach Action, das klingt nach Schusswaffen, nach Prügelei. Und das ist es auch. Es ist ein Hirnausprügel-Kill-Explosionsfilm, der einen Nachteil hat. Jason Statham ist unser, naja, Bienenaufpasser. Wobei das diesmal symbolisch ist, weil es die Bienenaufpasser ist nicht alleine. Es gibt anscheinend so einen Hauch einer, wird da verraten, einer ganzen Organisation, die hinter den ganzen Regierungen steht, hinter den ganzen Polizeibehörden, die einfach darauf aufpassen. Die Bienen sind in diesem Fall die Menschen. Und wenn da im Bienenstaat was nicht richtig läuft, dann kommen die Beekeeper und prügeln da Ordnung und Gerechtigkeit rein. So viel verrate ich, nicht zu viel von der Story. Das passiert und Jason Statham tritt ein und boxt und ballert sich einmal durch Amerika. Die Geschichte seicht. Viele Handlungen oder Wendungen errät man eigentlich ziemlich schnell. Schauspielerisch von ihm gut, von ein paar anderen auch. Ein paar Bösewichte sind einfach nur total Banane. Grafisch, soundmäßig hat mir das auch gut gefallen. Ich habe nur ein Problem mit diesem gut anderthalb Stunden langen Film. Jason Statham ist eigentlich nie in Gefahr. Und man hat einfach das Gefühl, der ist einfach über. Super Saiyajin, Level 38, 50. Da könnten 200 Ninias kommen. Da könnte Godzilla aus dem Ozean hervorstehen. Und man würde trotzdem davon ausgehen, Jason Statham, Roundhouse Kick und das war's. Also so ist das Ungleichgewicht der Kräfte. Und das nimmt dem Film ein bisschen die Spannung. Wobei, war die wirklich da? Naja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Für hirnloses Popcorn-Kino, der leichten Unterhaltung. Nicht zu viel darüber nachdenken, dann ist er eigentlich ganz gut gemacht. Wie dieses alte QWERTY mit einem Haufen Roboter. Wo man ja mal gucken kann, wer die meisten davon errät. Aber das soll es jetzt gewesen sein mit Faultiers 5, Folge 659. Und 50 ist vorbei. Euch allen einen schönen Start in die Woche. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Woche Zusammentrage. Fangen wir an. Jetzt haben wir endlich ein Datum. Bereits am 15. Nein, am 13.